ARD Text im Auftrag von Funk Bruder, ich hab wenig geschlafen. 2-3 Stunden nur geschlafen seit 4-5 Tagen. Ich war kaputt, verdammt. Am Ende. Er war auf Weg nach Leipzig. Leipzig wird heute glatt rasiert. Nächste Stadt kommt Berlin, Hamburg, Bremerhaven und die restlichen Städte werden komplett auseinandergenommen. Das ist so. Nehmen wir das einfach? Ja. Und dann rapp ich los. 1, 2, 3, 4... Mo, wo sind wir? Bruder, im Moabit. Wir gehen zum besten Libanisen. Big Basha. Wenn ihr in Berlin seid, kommt ihr einfach hierher. Mo, jetzt essen wir. Schau, jetzt kriegst du achtbar. Der Bruder hat Hunger seit 2 Tagen, aber jetzt... Der Kirchene hat großen Hunger, Bruder. Wir sind doch nicht im Moabit. Wir sind im Hansel für dich. Wieso willst du immer aus Amerika zeigen? Oder dann bin ich glücklich, wenn ich amerikanische Sachen habe. Vicali-Ort, kalifornische Bonbon. Aber komm, ich drück nochmal. Ich bin doch Patient, deswegen muss ich meine Medizin mitnehmen. Welche Müllküter? Ja. Wieso? Ja Mann. Ja Mann. Riff. Das in der Mitte, das ist der Cederbaum, Bruder. Das ist aus dem Libanon, Bruder. Das ist der Cederbaum, Bruder. Das ist der Cederbaum, Bruder. Das ist der Cederbaum, Bruder. Vielen Dank.